Ihr werdet es nicht glauben, aber meine Hände sind im Teig, wir backen heute Pizza. Und zwar möchte ich das Ganze anschauen im Camper natürlich, selbst gemacht hier vom Teig bis hin zum fertigen Produkt. Das Ganze backen wir im Horst aus und wie das alles funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Und wenn dich das auch interessiert, dann bleibst du ja gerne dran. Ja und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es ums Kochen bzw. ums Pizzabacken. Und alle, die mich kennen, die wissen, dass ich alles mache in meinem Camper, nur nicht kochen und backen. Aber Camper, den ist letztendlich schuld. Denn der letztjährige Gewinner, der hat mich einfach dazu bewogen, dass ich das Ganze mal ausprobieren möchte. Denn der Gewinner, das war ein Ofen für einen Gaswert im Camper. Naja und ich wollte mich einfach mit dieser ganzen Thematik auch mal auseinandersetzen. War jetzt unterwegs beim Kiten mit meinem Sohn und hab dann auf Insta ein bisschen gepostet, wie ich die Pizza gemacht habe. Und dann haben so viele Leute gefragt, wie ich das gemacht habe, ob ich es wirklich selber gemacht habe, weil man mir das nicht zutraut. Und ob das cool geschmeckt hat. Das Ergebnis sieht ja super aus. Also ich habe selten so viele Nachrichten bekommen, wie bei diesen Posts. Naja und dann habe ich mir gedacht, na dann zeige ich es euch halt einfach ganz schnell in einem kurzen Video. Worum geht es heute? Es geht einmal um die Zutaten. Was brauche ich, um den Teig zu machen? Was brauche ich, um das alles zu belegen? Wie funktioniert dieser Ofen? Wie baue ich ihn auf? Wie stelle ich mich wirklich damit an? Und wie wird das ganze Ergebnis dann? Wie habe ich das alles am Campingplatz gemacht? Da habe ich auch gemerkt, man muss einfach ein bisschen flexibel sein. Und dann wird das Ergebnis ganz cool. Naja und das zeige ich euch dann zum Schluss. Und dann sind wir aber auch schon wieder durch. Also diesmal ein ganz anderes Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und ihr habt trotzdem viel Spaß dabei. Mir hat es auf alle Fälle geschmeckt. Und ich hoffe, dass ich vielleicht den ein oder anderen von euch auch dazu inspirieren kann. Jetzt geht es aber los und wir beginnen mit den Zutaten. Beginnen wir mit den ganzen Zutaten. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir zwei große Pizzen machen wollen. Das werden am Ende bei dem Ofen, den ich verwende, wahrscheinlich vier kleinere Pizzen werden. Aber für zwei Personen auf alle Fälle ausreichend. Wenn ihr andere Personen anstellt habt, müsst ihr die Zahlen einfach entsprechend anpassen. Also als allererstes brauchen wir mal 250 Milliliter lauwarmes Wasser. Zu diesem lauwarmen Wasser kommt dann einmal ein bisschen Hefe. Und zwar, also so ein bisschen ist es gar nicht, sondern ein ganzer Würfel. Das sind also so 40 Gramm in etwa. 42 Gramm sind es. Und die muss man so leicht reinbröseln. Und die werden wir nachher gleich nochmal mit dem Löffel dann ein bisschen verrühren. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal ein bisschen reinbröseln. Ja, am besten nicht so machen wie ich. Daneben bröseln. Und dann kann man, damit das Ganze noch ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, ein bisschen Zucker dazu geben. Ich habe hier den Roadtrip Zucker immer dabei. Aber ganz wichtig auch echt nur eine Prise Zucker. Ich hasse ja solche Angaben. Brise Zucker. Was heißt jetzt eine Prise Zucker? Naja, einfach mit Daumen und Zeigefänge hier einmal zusammendrücken und dann hier reinbröseln. Und das war es dann aber auch schon. So, was dann noch fehlt, ist ein Teelöffel Salz. Das geben wir jetzt hier auch gleich noch mit rein. So, da le. Und dann das Ganze gut verrühren. Und dann lassen wir die ganze Schose hier 10 bis 15 Minuten stehen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die anderen Zutaten. So, alles was wir dann auch brauchen, ist natürlich Mehl. Ich habe da jetzt ein Pizzamehl gekauft. Das muss es aber nicht sein. Je nachdem, auf welchen Typ Mehl ihr da steht, könnt ihr da natürlich variieren. Wir brauchen jetzt für die Menge 500 Gramm. Das Ganze kann man entweder abwiegen oder bei mir gibt es auch wieder den Messbecher her, wo ich dann genau sagen kann, hier das Mehl. 500 Gramm liegen hier. Das fülle ich gleich entsprechend ab. Und was wir noch brauchen, sind zwei Esslöffel Olivenöl. Und hier habe ich ein hervorragendes Olivenöl von der Lugina, von dem Campingplatz, den ich euch auch schon mal empfohlen habe, am Gardasee. Das ist eigentlich fast so schade für die Pizza. Das ist geil. Das ist einfach nur richtig gut. Ja, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum habe ich hier noch die Schüsseln? Ganz einfach. Ich habe hier einmal eine Schüssel, mit der werden wir den Teig gleich verrühren. Und dann habe ich hier noch eine zweite Schüssel. Denn ich will ehrlich sein mit euch, ich mache das Ganze, was ich jetzt gerade mit euch zubereite, gar nicht im Wohnmobil, weil ich das ganze Gerumse hier eigentlich gar nicht mitnehme, sondern eigentlich mache ich das alles schon zu Hause. Denn den Teig, den kannst du nachher in eine Tupperschüssel geben und einfach in den Kühlschrank mitnehmen. So habe ich das immer gemacht und damit komme ich sehr gut klar. Und ich muss eben nicht alles mitnehmen und kann das alles zu Hause vorbereiten. So, das sind also jetzt mal die Zutaten für den Teig. Und dann fehlen natürlich noch die Zutaten für den Belag. Und da ist ganz klar, du brauchst immer irgendwie Tomatensauce und du brauchst ein bisschen Streukäse. Und ansonsten haust du einfach da drauf, worauf du Bock hast. Am besten natürlich auch das Zeug, was du bei dir regional, wo du gerade unterwegs bist, auch findest. Und dann, glaube ich, steht einer richtig guten Pizza nichts mehr im Wege. Das wird sich aber gleich noch rausstellen. Jetzt kommt der letzte Akt und jetzt erstellen wir quasi den Teig. Wir kneten ihn dann gleich. Dazu geben wir jetzt das ganze Mehl hier in die große Knetschüssel. Dann haben wir gesagt, zwei Esslöffel Öl. Oh, sieht das schön aus. Und last but not least kommt jetzt natürlich noch unsere Flüssigkeit dazu, also das lauwarme Wasser mit der Hefe. Gehen wir jetzt hier langsam drüber. Ja, Leute, und jetzt heißt es, mit der Hand reinfassen und zehn Minuten Minimum kneten und rühren, bis eine schöne zähflüssige Masse rausgekommen ist. Und das Wichtigste dabei ist, glaube ich, dass man einfach geduldig ist und sich auf den Teig später freut. Dann wird das richtig gut. Und in der Zwischenzeit genießt du entweder deine Umgebung oder du guckst ein ordentliches YouTube-Video. So, und wenn das Ganze dann so ausschaut und ein richtig schöner Teil geworden ist, dann lassen wir den 45 Minuten gehen an einem ruhigen Ort, wo es vor allem auch schön warm ist. So 30, 35 Grad wäre optimal. Ich hau das einfach bei mir hinten ins Bett rein, decke das schön zu und dann lasse ich den gehen. Wenn ich richtig wild bin, dann habe ich vielleicht noch eine Wärmflasche, die ich irgendwie dazu packe, sodass ich eben um die 30, 35 Grad hier. An dem Teig vorhanden habe. Ja, und dann heißt es abwarten. Ja, und dann wollen wir uns das Ergebnis mal anschauen. Ich hole das ganze Ding wieder aus seinem Versteck heraus. Ich habe übrigens diesen Trick mit dem Bett vom Flieger Benni, beziehungsweise von seiner Mama, wenn die richtige Allgäuer Spätzle machen. An der Stelle ganz liebe Grüße. Und guckt mal, wie schön der Teig aufgegangen ist. Hervorragend. Jetzt fülle ich das Ganze um in meine Schüssel, die ich vorbereitet habe. Und packe das Ganze in den Kühlschrank und mache mich dann gemütlich auf Touren. Ja, und ich habe mich dann auf den Weg gemacht. Ich war beim Kaitner am Gardasee und habe mir gedacht, naja, wo kann man eine Pizza besser machen als in Italien. Ich bin also quasi mit dem Baum in den Wald gefahren und habe als allererstes mal alles aufgebaut. Bei mir ist jetzt die Besonderheit dadurch, dass ich in meinem Camper kein Gas mehr habe und ich für diesen Ofen eine Heizquelle wie zum Beispiel einen Gasofen brauche, habe ich mir einen kleinen Gaskocher noch mitgenommen. Den gibt es jetzt übrigens auch beim Fabi. Also der hat sich meine Probleme schon angenommen. Den baue ich kurz zusammen und dann baue ich auch den Ofen auf. Dafür gibt es eine Aufbauanleitung und da ist mir wirklich aufgefallen, diese Anleitung ist richtig klasse. Männer lesen ja normalerweise keine Anleitungen, aber die macht richtig Spaß. Da hat sich der Fabi richtig viele Gedanken gemacht und richtig viel Mühe gegeben. Insofern ist das Aufbauan auch wirklich ein Kinderspiel. Ich baue den jetzt zum zweiten Mal auf. Also ich bin ja echt noch ein bisschen unsicher, seht ihr ja auch ein bisschen. Aber ich brauche dafür nicht länger als fünf Minuten. Ich glaube, wenn du da echt geübt bist, dann hast du das in einer Minute geschafft, so wie der Fabi das auch macht. Und erlaubt mir an der Stelle noch eine kleine Anmerkung. Warum schreibe ich hier Werbung rein? Da werde ich immer wieder angesprochen. Das ist nicht, weil der Fabi mir Geld bezahlt oder mir diesen Backofen geschenkt hat. Im Gegenteil, ich habe mir den vom Tobi gekauft, vom Camper-Tobi. Denn der macht sich auf große Weltreise. An der Stelle nochmal ganz liebe Grüße von mir. Und ja, der will so ein bisschen ballastlos werden. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut über den Backofen. Warum schreibe ich trotzdem Werbung rein? Ihr seht im Hintergrund zum Beispiel die Gasflasche oder jetzt auch Lebensmittel. Meinen wahnsinnig hochprofessionellen Teigroller werdet ihr gleich entdecken. Und da könnte man mir Product Placement vorwerfen. Das habe ich aber definitiv nicht vor. Wenn ich mal Geld bekommen sollte für irgendwelche Gegenstände oder Gegenstände umsonst geschenkt bekommen sollte, dann verlose ich die entweder bei euch, wie ihr das kennt, oder ich sage es euch auch immer ganz klar am Anfang des Videos. Ich mache sowas ganz selten. Es gibt bei mir auf dem Kanal vier, maximal fünf Videos, wo ich sowas mal gemacht habe. Aber jetzt versteht ihr ein bisschen, warum ich da Werbung schreibe. So, aber jetzt kümmern wir uns wieder um die Pizza. Darum soll es ja gehen. Und dafür heizen wir jetzt erstmal das Ding an. Feuer frei, wir lassen das Ganze mal heiß werden. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal anfangen und die Pizza belegen. Ja, und vor dem Belegen muss man natürlich erstmal den Teig ausrollen. Und jetzt hole ich erstmal den Teig raus. Aus der Portion, die ich gemacht habe, mache ich jetzt vier kleinere Pizzen, damit die auch ordentlich in den Ofen später reinpasst. Ich bestreche meine Unterlage ein bisschen mit Mehl, das ich mir mitgenommen habe. Und ja, dann kann es auch schon losgehen. Jetzt ist mein Thema noch, dass ich den Teigroller natürlich nicht immer dabei habe. Also sowas habe ich einfach nicht in meinem Kastenwagen. Deswegen muss man da ein bisschen erfinderisch sein. Und in diesem Fall dient mir eine Getränkedose. Ja, dann mal ran ans Werk. Ich gebe zu, man kann das alles ein bisschen schöner ausrollen. Übung macht hier den Meister. Wenn das Ganze dann aber erledigt ist, dann geht es los mit den Belegen. Und da machst du jetzt, wie du einfach Freude hast. Ich in meinem Fall habe einfach eine pekannte Tomatensauce genommen, habe ein bisschen Streukäse drüber genommen und habe dann noch Salami und Mais dazu gegeben. Das hat uns gereicht. Für unseren Männerabend war das perfekt. Und dann geht es ab in den Ofen. Der hat jetzt übrigens knapp 300 Grad. Und ich weiß, was ihr alle sagen wollt. Das ist jetzt nicht perfekt. Normalerweise müsste das viel heißer sein. Aber hey, ich will ja diesen Ofen testen. Und man kann damit ja auch noch ganz viele andere Sachen machen. Und ich glaube, für uns wird es heute auf alle Fälle reichen. Aber da lassen wir uns gleich mal überraschen. Das Ganze dauert dann etwa fünf Minuten. Dann habe ich die Pizza noch mal ein bisschen umgedreht. Und dann konnte man sie auch schon rausholen. Leider sind hier die Aufnahmen nicht ganz so schön geworden. Ich stelle euch gleich noch mal eine Hochkantaufnahme rein. Da hat das Licht irgendwie besser gepasst. Aber das Ergebnis war wirklich toll und vor allem richtig lecker. Für unseren Fußball-Männerabend am Gardasee perfekt. Vater und Sohn waren glücklich. Gut, Fazit ist einfach. Es hat wirklich hervorragend geschmeckt. Wir hatten richtig Spaß damit. Ich wollte noch kurz was zum Reinigen sagen. Ich habe das Ganze auseinandergebaut und in warmen Wasser einweichen lassen. Danach in die Spülmaschine gepackt. Und das Ergebnis kann man sehen. Es ist auf alle Fälle sauber. Es sind einige eingebrannte Stellen da. Aber ich glaube, damit kann man leben. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie das Ganze mit dem Growth, mit dem Horst funktioniert. Mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht. Und es hat mich wirklich motiviert, ein bisschen mehr zu machen in meinem Camper. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen ja auch so. Aber mir ist ganz klar, ich bin nicht der Kochexperte. Mir geht es jetzt eher darum, mit diesem Video euch einfach ein bisschen zu animieren. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der noch so unterwegs ist wie ich hier in dieser Welt und nicht so kochaffin ist. Aber vielleicht kann ich ja den einen oder anderen dafür begeistern. Das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Das war ein sauschöner Abend mit meinem Sohn, dort die Pizza zu essen. Naja, und ich freue mich jetzt aber natürlich über ganz viele Tipps von euch. Denn ich habe mit Sicherheit nicht alles ganz perfekt gemacht. Deswegen schreibt das super gerne unten in die Kommentare. Das hilft uns am Ende ja allen. Und lasst auch sehr, sehr gerne ein Like da, wenn ihr sagt, hey Markus, danke für dieses Video. Ich weiß gar nicht, wie ich mir selber ein Like geben würde. Aber mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht und ich hoffe, euch ging es ähnlich. Und ja, und sonst geht es auf dem Kanal wieder ganz normal weiter. Das ist versprochen. Eines will ich gleich noch vorweg teasern. Denn eines habe ich auch gemerkt, das war auf dem Caravansalon. Ich war so ein bisschen der Geisterfahrer im Thema Heißluftfritteuse. Ich wusste ja gar nicht, wie viele Menschen eine Heißluftfritteuse mit in ihrem Camper führen. Und mir war überhaupt nicht klar, warum und wie das alles funktioniert. Und das hat mich dann so bewegt. Und ich habe alle ausgelacht, bis ich gecheckt habe, dass an dem Tisch, an dem ich saß, alle eine Heißluftfritteuse in ihrem Camper haben. Und ich gemerkt habe, ich bin der Einzige, der das nicht hat. Es waren wirklich ungelogen bestimmt acht, neun Leute an diesem Abend, die einfach da rumsaßen und gesagt haben, klar habe ich eine, ja logisch, ja du hast keine. Und da habe ich auch ein Experiment gestartet. Das aber dann zu anderer Stunde. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Zusehen. Und ich wünsche euch jetzt, egal mit welchem Wohnmobil ihr unterwegs seid, wie ihr kocht in eurem Fahrzeug, ob ihr mit dem Caravan unterwegs seid, völlig wurscht. Immer genussvolle Reisen. Und das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Da freue ich mich drauf. Bis dahin, alles Gute. Euer Markus. Ciao. Was mich als Nichtkoch ja total beeindruckt hat, ist, dass ich hier ein Mehl gekauft habe, das staubfrei ist. Ist ja super, dass da kein Staub drin ist. Ich weiß, was es bedeutet. Also sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss.